Der Käsetheke in Dölken mit der Kreativität und dem tollen Frischkäse, die jeden Morgen frisch zubereitet werden. Das ist natürlich das Team mit den Mädels von der Käsetheke. So, ne? Ein bisschen erzählen so. Erzählt mal ein bisschen. Ja, wir haben noch einen Tanz, ja? Nein! Soll ich einen Song raussuchen? Ja! Nein! Nein! Hinter den Kulissen und so. Genau, darum geht's. Hinter den Kulissen? Darum geht's. Stefan, ich hab den Song. Du fängst den Song nicht. Du fängst den Song. Das ist unser Feierabend Song, wenn viel Stress war, ne? Sonja, komm. Das könnte ich ja noch nicht machen. Ne, wir fangen erst unten an. Erst unten, unten, unten und reite Wolle. Wie geht's denn jetzt? Oh! Komm! Die Mädels hast du alle nicht. Du hast es aber doch nicht. Oh, jetzt mach's falsch, ne? Ist egal, ich sehe jetzt richtig. Du bist so. Du bist so. Oh! Ella! Wuhu! Wuhu! So, fertig. So, sie möchte ich das nicht. Oh! Ja! Super. Okay, auf Wiedersehen. Mmh! Mmh!